Ich möchte hier kurz das Projekt CO2 Busters an der Technischen Universität Berlin vorstellen. Und zwar sind wir ein studentisches Projekt und unser übergeordneter Themenbereich ist Humusaufbau in der regenerativen Landwirtschaft. Ganz speziell möchten wir Humusaufbau mit Pflanzenkohle unterstützen, um der Atmosphäre große Mengen CO2 entziehen zu können und um so dem Klimawandel entgegenwirken zu können. Wir möchten im Rahmen des Projektes eine Open Source Pyrolyseanlage entwickeln, um in großem Stil Pflanzenkohle herzustellen. Wenn du Interesse an unserem Projekt hast, schau einfach auf die Webseite unigardening.de Wir wünschen alles Gute für die Feiertage und einen guten Rutsch. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020